Hallo liebe Menschen, gestern habe ich in einem Video von Rebel Without a Pause von Herrn Brent Humphreys gesehen, dass in Schattland gleichzeitig der Mond und die Sonne zu sehen waren. Natürlich bin ich gleich rausgegangen und habe geguckt, ob das bei uns auch so ist. Und siehe da, tatsächlich. Also auf einer Kugelerde dürfte das doch eigentlich nicht sein. Es dürfte kein Schatten auf den Mond fallen, wenn Sonne und Mond in gleicher Höhe zu sehen sind. Vielleicht kann mir ja jemand von den Globalisten erklären, wie das funktionieren soll. Die Aufnahmequalität ist nicht besonders gut, weil ich das mit meinem Handy fotografiert habe oder gefilmt habe. Und das ist eben nur ein Microsoft Lumina. Wenn ich mal eine richtige Kamera habe, dann werde ich versuchen davon bessere Bilder zu machen. Derweil verlasse ich mich einfach auf eure Aufnahmen und auf eure Aufmerksamkeit. Denn ihr werdet dieses Phänomen gestern und heute sicher auch bemerkt haben. In diesem Sinne, ich bleibe dran, ihr bleibt dran. Wir tun Gutes, indem wir das hier verbreiten und den Leuten erklären, wie lange und wie oft sie schon verarscht wurden. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr besucht meinen Kanal jetzt öfters. Bis dann.